Raus damit, Prinzessin. Warum ist dieser Umschlag so wichtig? Ich sage kein Wort, Wiesel. Ganz wie Sie wollen. Kein Wort sage ich. Na gut, wenn das so ist, werde ich diesmal auch nicht mit Ihnen schlafen. Selbstverständlich könnte ich, wenn ich will, auch die hier benutzen. Darf ich vorstellen? Meine Kanone. Sie hat schon viele Lippen geöffnet, von Frauen wie auch von Männern. Dabei ist sie eigentlich ganz einfach zu benutzen. Geladen. Entladen. Geladen. Entladen. Geladen. Entladen. Sie kann einem viel Freude machen. Immer wieder. Der Stahl hatte Schaft, hilft einem beim Eindringen. Genug. Ich weiß nicht, woher dieser Umschlag kommt oder was darin ist. Ich weiß nur, dass ein Unbekannt, der mich gebeten hat, ihn meinem Onkel zu überreichen. König Frau. Brauchen Sie ein bisschen Loch, Sidi? Hä? Es ist 5 Uhr, Sidi. Ach schon? Aha. Wie die Zeit vergeht. Geh ruhig nach Hause, mein guter Sliman. Danke, Sidi. Gute Nacht, mein treuer Sliman. Sliman? Ja, Sidi? Gib deiner Familie bitte einen Kuss von mir, ja? Wie viele Kinder hast du? Acht. Neun. Zwei, Sidi. Küss sie trotzdem von mir. Danke, Sidi. Salam, Sidi. Sliman? Ja. Untertitelung des ZDF, 2020